Am nächsten Morgen saß Uhlenkort in der Halle seines Hotels beim Lunch. Eine kurze, fast überall gleichlautende Notiz in allen Zeitungen. Unfall im Zirkus Briggs. Er legte die Blätter zur Seite und sah nach der Uhr. Noch immer nichts von Dretrup. Was war da los? Er ließ den Portier holen und fragte ihn. »Mr. Dretrup ist gestern gegen Mitternacht ins Hotel zurückgekommen und wird vermutlich noch auf seinem Zimmer sein.« Wieder verging eine Zeit, da sah er Dretrup die große Treppe hinabkommen. Schon von Weitem fiel ihm dessen Aussehen auf. War dies verfallene, übernächtigte Gesicht mit den unruhigen, fiebreglänzenden Augen das des stets heiteren, blühenden Klaus Dretrup? Mit Besorgnis und Unruhe reichte er ihm die Hand. »Was ist Ihnen, Herr Dretrup? Sind Sie krank?« »Ich? Krank? Nein, Herr Uhlenkort, nicht im geringsten.« Ein kurzes stoßweises Lachen begleitete seine Worte. »Ich bitte Sie, Herr Dretrup, verstehen Sie meine Teilnahme nicht falsch? Ihr Aussehen straft Sie Lügen. Sie sind krank. Diese Veränderung von gestern auf heute ist nicht anders zu erklären. Oder hängt das noch mit dem Unfall in Minneapolis zusammen?« »Dieselbe Frage.« Dretrup brach kurz ab. Er stürzte eine Tasse Tee hin und dann griff nach den Zeitungen. »Übrigens«, erwandte sich Uhlenkort zu, »wir haben mit unseren Zirkusbesuchen ausgesuchtes Pech. Meinen Sie nicht auch?« Uhlenkort nickte. Sein Auge ruhte mit Sorge auf dem so veränderten, nervösen Zügen Dretrupps. »Immerhin brachten wir es bis zur sechsten Nummer des Programms«, sagte Dretrup. »Vielleicht haben wir das nächste Mal mehr Glück.« »Herr Dretrup, ich bitte Sie, lassen Sie die Scherze. Sie versuchen vergeblich, mich über die Sorge um Sie hinwegzutäuschen. Ich will nicht indiskret sein. Wenn Sie es für besser halten, zu schweigen, so schweigen Sie. Ich selbst möchte Ihnen kurze Mitteilungen über mein Verhalten am gestrigen Abend in Zirkus geben. Sind Sie bereit und imstande, mich anzuhören?« »Oh, gewiß, Herr Uhlenkort, mein Interesse ist groß, vielleicht größer als ...« Er rückt es einen Sessel näher an den Uhlenkorts heran. »So hören Sie mir zu, Herr Dretrup. Es ist eine lange Geschichte, die ich Ihnen erzählen werde, aber Ihr Ende wird schließlich in dem Zirkus von Kapstadt führen.« War da vor etwa fünfzig Jahren ein Sohn aus dem Hause Harlessen, Sie kennen sicher die Hamburger Firma und vielleicht auch die Familie, nach Amerika ausgewandert. Die Familien Uhlenkort und Harlessen sind von Großvaters Seite her verschwägert. Die Ursachen, weshalb jener Harlessen nach Amerika auswanderte, lagen in pekuniären Differenzen von einer Schwere immerhin, daß, um mich jener Worte zu bedienen, das Tischtuch zwischen den beiden zerschnitten wurde. Jener Harlessen kam nach mancherlei Irrfahrt nach Mittelamerika und kaufte sich in der Nähe des Kanals eine Farm. Seine Frau starb früh. Eine Tochter wuchs ihm auf. »Christi Harlessen«, »Es ist die Schulreiterin, die wir gestern sahen.« Klaustrie Trupp fuhr auf. »Floris de Theada ist Christi Harlessen?« Uhlenkort nickte. »Ein tragisches Schicksal liegt über dem Mädchen, das ich übrigens gestern Abend zum ersten Male sah. Von den Landenteignungen am Panama-Kanal wurde auch ihr Vater betroffen. Und nun beginnt eine Reihe von dunklen Ereignissen, deren Aufklärung mir bis jetzt noch nicht gelungen ist. Als erstes nenne ich das. Es wurde die durchaus nicht kleine Entschädigungssumme entgegen sonstigen Geflogenheiten in Bar bezahlt. Am Abend vor der Abreise von der Besitzung kamen Vater und Tochter von einem Abschiedsbesuch zu Pferde zurück. Ich erzähle es ihnen so, wie es mir von Leuten am Kanal berichtet wurde, als ich vor etwa drei Wochen da unten war. Jetzt der andere, höchst sonderbare Punkt. Der einzige Diener, der noch auf der Farm war, ist verschwunden. Christi bringt die Pferde selbst in den Stall, während ihr Vater in das Haus tritt. Während sie noch mit den Pferden beschäftigt ist, hört sie aus dem Hause einen Schrei. Die Stimme ihres Vaters. Sie läuft in das Haus. In dem dunklen Flur, was war nach Sonnenuntergang, stürzt ein Mann an ihr vorbei. Sie eilt in das Zimmer des Vaters, findet ihn aus einer schweren Wunde am Hinterkopf blutend am Boden liegen. Die gepackten Koffer im Zimmer sind aufgebrochen und durchwühlt, Geld und Wertsachen geraubt. Der Vater stirbt, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben. Christi verlässt die Farm. Soweit gingen die Mitteilungen, die mir da unten gemacht wurden. In den Starten wandte ich mich an das Pinkerton Office. Die Auskunft lautete, Christi Harlesson aus Not Zirkusreiterin geworden. Vor meiner Abreise nach Timbuktu bekam ich die weitere Nachricht, daß sie zur Zeit hier sei. Der Zufall war mir günstig. Ich hatte ja ohnehin die Absicht, hierher zu fahren. »Sie nannten es Zufall, Herr Uhlenkort.« Dretrup sagte es wie Traum verloren. »Gewiß, Herr Dretrup, ein Zufall wollte es so. Oder wollen Sie das für ein Geschick, für eine höhere Fügung halten?« Dretrup zuckte kurz mit den Achseln. Sein Blick ging zur Seite. »Zufall? Fügung? Was weiß ich?« »Aber, Herr Dretrup!« Uhlenkort sagte es lachend. »Ich erkenne Sie nicht wieder. Sie, Herr Klaus Dretrup, belieben über Schicksal und Zufall zu philosophieren. Sie, der Mann der nackten Tatsachen! Sollte Ihnen gestern Abend auch so ein mystischer Zufall passiert sein?« »Beinahe müßte ich es denken.« »Wenn Sie das denken, Herr Uhlenkort, so denken Sie nicht falsch.« Er stützte das abgewandte Gesicht in die Hand. Sein Auge schweifte ruhelos durch den Raum. Uhlenkort stutzte. »Dieser sonderbare Ton!« »Verzeihung, Herr Dretrup, wenn ich etwas berührte, was...« »Nichts zu sagen, Herr Uhlenkort!« Dretrup lehnte sich in seinem Sessel zurück. »Man glaubt allen Wind der Welt, um die Nase verspürt zu haben, und dann...« »Zufall oder Fügung!« Seine Worte gingen in einem Murmeln unter. »Lassen wir das!« Mit einem kurzen Ruck richtete er sich auf, als wolle er alles abschütteln. »Der Unfall im Zirkus gestern ist ja, Gott sei Dank, gut verlaufen. Es hatte sie anscheinend mächtig gepackt, sie turnten da mit einer beträchtlichen Fixigkeit in die Manege hinunter.« Uhlenkort lachte. »Ich glaube gern, daß Sie sich da amüsiert haben, aber das war doch schließlich zu erklären.« »Ganz gewiß! Gewiß, Herr Uhlenkort! Es ist nicht zu leugnen, daß Fräulein Harlesson eines der schönsten Mädchen ist, das mir je vor Augen kam. Ich wundere mich, daß Sie nicht längst auf dem Wege sind, sich nach Ihrem Befinden zu erkundigen.« »Ich warte nur noch auf die passende Zeit.« Uhlenkort blickte auf die Uhr. »Ich glaube, es jetzt tun zu dürfen.« »Für Glück, Herr Uhlenkort! Sie treffen mich hier wieder!« »EA Productions«